Rassismus Wir geben Rassismus keine Chance. Schaut bei Rassismus bitte nicht weg. Zusammen können wir gegen Rassismus ein Zeichen setzen. Ich finde, Rassismus ist die schlimmste Form von Diskriminierung. Es kann doch nicht sein, dass ein bestimmtes Merkmal den Menschen an und für sich in Frage stellt. Sein Wesen, seine Würde, sein Recht auf Leben, auf Existenz. Rassismus ist ein Verbrechen. Und das muss auch so verfolgt, bekämpft und bestraft werden. Ich bin ganz klar gegen Rassismus. Es ist für unsere Gesellschaft unwürdig, dass wir Leute so diskriminieren, nur weil sie eine andere Herkunft oder eine andere Religion haben. Es geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Wieso muss man so urteilen? Vergessen nicht, wir sind alle Menschen. Und kein Mensch hat es verdient, so diskriminiert zu werden. Rassismus ist eine Form von Diskriminierung. Ich bin gegen jegliche Art von Ausgrenzungen. Sei das gegen das Geschlecht, gegen die Sexualität, gegen die Religion oder eben gegen die Herkunft. Für mich ist Rassismus mehr als ein Empfinden oder ein Gefühl. Es ist für mich eine Krankheit, die durch Vorurteile entstanden ist. Vorurteile, die man gegen verschiedene Kulturen, Herkunft oder Religionen hat. Und ich hoffe, dass wir diese Vorurteile brechen können und somit jeder Mensch so leben kann, wie er will. Ich finde es schade, dass jetzt eine Rassismus-Debatte so viel Zeit verschwendet wird, für Banalitäten wie die Diskussion über Säussigkeiten und Restaurantschildchen. Das sind für mich eigentlich nur Ablenkungsmanöver. Viel wichtiger ist doch eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der Frage, wie wir als Gesellschaft mit Leuten aus anderen Kulturkreisen umgehen wollen und ob wir bereit sind, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Chancengleichheit, so dass alle die Möglichkeit haben, sich zu entfalten, hat für mich erste Priorität. Da hat Rassismus ganz klar keinen Platz. Die Herkunft ist keine Leistung. Ich bin gegen Rassismus. Ich bin viel auf den Baustellen und sehe dort, wie die verschiedenen Kulturen miteinander umgehen, wie das funktioniert. Wir verdanken einen grossen Teil von unserem Wohlstand, dass wir einen gepflegten Umgang mit anderen Personen und Kulturen pflegen. Darum, ich bin gegen Rassismus. Geht dem Rassismus keine Chance. Diary im Grunde. Geht dem Rassismus. Geht dem Rassismus. Geht er, straight dem Rassismus mal.